Hallo ihr Lieben, ich wollte euch ganz kurz mal was Neues zeigen. Und zwar sind das die Funky Stars, die Glitzer Gele von der Diana Hartwig Kollektion. Da gibt es zehn Farben im Shop, die habe ich auch jetzt alle da. Die sind so toll, die lassen sich super dünn auftragen, sind hochdeckend und Funkeln, Funky Stars heißen sie zu Recht. Hier sind sie, das sind mit dem Silber, das ich hier noch in der Hand habe, zehn Farben. So tolle Glitzer Gele, die so funkeln, zu denen noch sich so dünn auftragen lassen, sogar on top, hatte ich noch nicht. Also die sind wirklich ganz, ganz toll. Hier unten seht ihr noch die anderen Farben. Dann kann ich das auch gerade mal ganz kurz zeigen, wie toll dünn es sich auftragen lässt. Man braucht auf keinen Fall eine zweite Schicht. Und es funkelt ganz, ganz toll. Also Mädels, ich glaube, das wird 2017 der Renner werden. Hier zeige ich euch die Nummer 10, auch mal im Töpfchen, dass ihr es so mal seht. Das ist die Nummer 9, ein schönes Lila, auch ganz neu im Shop. Dann der Knaller und Klassiker, die Nummer 1, die habe ich jetzt auch schon länger. Einige von euch tragen es bereits. Das Silber, so toll. Großes Lob, Diana, super.